Hallo und willkommen zur vierten Folge von Five Dates zusammen mit Noel. Hallo. Heute sind wir auf unserem zweiten Date mit Maya. Das könnte was werden. Ja, it's truthful. Da ja. Das hatten wir schon, ne? Können wir skippen? Nein. Oh, das ist Tobi. Oh, das ist Tobi. Ah, schon wieder Dates, Alter. what you mean? Do it, man! Well, listen. The bridge is fully stopped. And the sun's out. And I thought I could really fancy and I just planned to play the last one out of here. You want the last one to play football death? No, no, no! I have locked it out completely. Ich glaube, er hat voll gewuckt auf dem Karte, der Messer auf dem Boden gesteckt. Nice. Nein, manche Ws will man nicht. Ich dachte gerade, die geben es nicht so über Video-Ding so ein Fissbub. Okay. Ich mache aber die erste. Ja. Rein da. Die wurden nie auftaucht. Die wurden erst schon in Warten. Ja, ist schlimm. Warum sind wir noch links gerutscht? Oh, das gefällt mir auch nicht. Hey, hi, hi, hi. Sie ist auch noch rechts gerutscht. Was? Die Bette stehen woanders. Nee, sie sitzt woanders. Nee, das Bett steht woanders, oder? Verdammt, das habe ich ihr nicht zugehört. Nee, ich glaube, sie hat sich neben das Bett hingesetzt. Rechts oben hängt ja das Regal mit diesen... Ja, aber das war weiter hinten normal. Äh, Challenge. Oder? Ja, ja, ja. Wir sehen auch die Lampen nicht mehr. Also sie sitzt näher an der Wand. Die war high. Okay, sorry, I didn't catch the hint. Ah, da waren wir zu aggressiv. Passiert. Oh mein Gott, der. Ja. Ich hoffe, es kommt ein Jokey. Ich hoffe, es kommt ein weird Jokey. Wir sind doch jetzt... Sind wir wirklich... Das sagt ihr auf Ernst? Ja mein Gott. Ja mein Gott. Fucking Idiot. Wenn der genau nicht das zeigt, was man drückt. Ja. Ja. Okay, wir müssen aufpassen mehr. Ja. Na gut, aber Challenge. Mensch, gleich einen Krieg abfangen. Vielleicht war die auch so, ja, das ist eine Challenge, wenn du nie pünktlich bist, so einen und einen. Was sieht das aus, als ob es so eine S-Kette ist? True. Oh, stimmt, das ist True for the, oh Gott. Ja. Okay, cheers, let's do this, cheers. Ja, Prost. Okay, uh, how come you church people there? I like how unpredictable it is, you know, it's like, you really get to know a person and then limits, limits. Limits? Okay, now more. Not like that, you know, like just our boundaries. Boundaries, okay, yeah, it still works. That's the same as what it was. It's not like, it's like, people really show their truth out and their face was like a deep bruise or a release off there. Okay, no, no, I get you. Alright, let's get stuck here, let's do this, I'm ready. Okay, alright then. Um, oh, it's gonna go first, what's it gonna mean? Oh, damn it. First of all, easy with a truth, right? First of all. Let's see what I mean. No, I really don't know what I mean. Also, you know, in the challenge, so after we dropped the first sentence, yeah, if we had written more, I thought, okay, but then that's also a rat. That's what she liked. Yeah, we need to push her a little bit higher. Yeah, truth. Truth or there? Um, okay. Gosh, I don't trust you, you said. I'm gonna go truth, I'm gonna go truth. Okay, okay, okay. Um, alright, go. Okay, when was the last time you cried? Wow, damn. Straight in defense. I can't remember, we cryin' nicht. That was a man. Out of Spear's ear. I really want to know this. I can't actually, I don't think, no, not since I was a lot younger, no. Come on, I bet you can. No, 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 it's just, I don't really cry, it's just. Nothing gets you emotional? I mean, yes, but not enough to cry. I mean, maybe I just haven't faced a tough situation yet. Or maybe you're just, you know, a strong person. That's a good thing. I mean, I think it's probably just that. I think it's pretty good. Is Vinnie a strong person? No, he's depressed. I feel really strong, assertive, and like, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, I would be like that. Okay, uh, truth or dare, what's it gonna be? Dare. Oh, God. I'm over it. Oh, cool. Let's see. Ach so, jetzt haben wir jetzt auch auf einmal das. Äh. Okay. Let's make Tony bleed. I'm so... Digga, was ist das? Was ist das wie eine Auswahl? Das erste ist absolut langweilig, das zweite ist eine Frage und keine der. Und das dritte ist einfach, what the fuck. Hat sie deswegen so viele Ketten an? Ähm. Ja, eins, das ist zwar eben Lehmann, das ist das eigentlich normale. Ja, ja. Challenge. Okay, cool, all right. Here we go. Maya must do something without using her hands. What the hell? Obwohl das erste der, glaube ich, geht das. Okay, okay. Was, like, I need to go get something. Okay, I'll wait. A brownie holt sie sich jetzt. Wait there. Es hätte trinken sein sollen. Ich hätte gern gesehen, wie sie das Weinglas so mit, nur den Zähnen hochnimmt. Ja, sie hätte sich einfach umgebracht. Oh, you got something, yeah? We have pizza for dinner, so. Okay, so you're gonna go for pizza, okay. I have to. Okay, oh my God. No hands. Oh my God. Yeah. Yeah, you just have to go for dinner. Hey, what the fuck? I hope, by the time, we won't have pizza for dinner. No hands. You do it. Well, I don't like the crust anyway, so I'm not going to go down. Damn, okay. Das ist wer, du, die größte. Yes, take a bow out, take a bow. That was a good dare. What was that? Nein. I guess it's my turn again. Okay, do we go there? Okay, I think I'm gonna go there. 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 Oh, fuck. I'm gonna be brave and say there. Okay, all right. Okay. Hoffentlich ist es unser Freund. Ja! Vor allem, vor allem, wir wollten, dass die dritte Ding dich nehmen und jetzt kommt von ihr sowas. Ja. Ja, komm, Conor. Gollum, der, der nimmt, der takt deinen Fist. Oh, whatever. Oh, weißt du, wir müssen das ernsthaft machen? Komm, komm. Fuck it, I'll do it, I'll do it. Yeah, okay. Okay, you have to, um, share your screen. Oh, no, Gollum. Ich will, ich will, ich will, was to write, okay? Oh, fuck. Okay, cool, all right. Okay, I'm gonna screen share now. Okay. Okay. Okay, auf, auf per click, cool. Ja, das ist ein bedwetter. Ja. Was ist das? Es ist, ja, es ist eine lange Story, aber es war ein Lads Holiday in Budapest. Es war nicht so cheap hier. Und ich will nicht mehr sagen, dass ich mehr über das war. Okay, okay, um, okay. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das für ein kurzer Moment? Ich muss schreiben. Oh Gott. Das ist, oh. Okay. Okay, das habe ich nicht erwartet. Yo. NO! was muss er was muss er explainen dabei warum es geschrieben hat ja aber das ist doch nicht ja ja true eigentlich schon wieder so leo 1 ist einfach nidi 2 meinst du die story erzähl mit ihrem freund ja keine ahnung a3 ist doch nee a2 2 oder 3 das ist so wenig zeit zu entscheiden okay also mal so weiter okay es ist okay Maja 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 how you ever cheated on someone oh shit sorry is that to far no um wir haben gerade keine I'm afraid you wouldn't hurt me. I wouldn't, but if you don't want to talk about it. No, it's okay. I have cheated once. My ex cheated on me, and then I was so hurt that I tried to move over to one else to make him jealous. It was horrible, but it just made me feel worse. What's the thing the English people say? It's like two wrong things. They don't make a right. Listen, your ex was a dick for cheating on you in the first place. No, he's a good guy. I mean, it kind of doesn't sound like it. Well, you don't know him. Anyway, I was younger then. I would never do it again. It's crazy, right? Do you want to do another round or we can stop and chat, if that works? I don't mind. It's all for you. Come on. You must have... Yeah, man. Oh, another one. Yeah, another one. Yeah, another one. Another one. Every time someone says, I don't mind, you must know. Seriously, it's cool. I don't mind. Whatever you want. Okay, um... Why don't we... She sends her back. Okay, screw it. Let's do another round. Okay, let's give it the same order. So, you go. Through the air. Okay. We already had a really crazy idea. So, truth. Yeah. I don't know if it's worse. I just wanted to say, it could actually not worse. Truth. Okay, yeah, that's good. Okay. What's the first thing you do if you became invisible? Okay, nice. Proper bank. Yeah, it looked fun. Schön, dass du das auswalt aber eins walt. Das waren die anderen. Help the police, come see you. Oh my god. Help the police. Oh my god. Was ist das für der Auswalt? Wir rollen den Funk aus und helfen dann der Polizei. Oh mein Gott. Also, ich habe mein Artwork gegeben. Danach verstecken wir das Geld bei ihr. Oh, jos. Kann alles zu sagen. Wenn du eigentlich denkst, wenn du das denkst. Das wäre unglaublich. Ich werde wahrscheinlich ein Kriminein geworden. Ich werde Banken und bin Millionär geworden. Und einfach ein gutes Leben leben. Das ist gut. Ich habe das Shoplifting gemacht, als ich jünger war. Okay. Ich habe das Geld gemacht, als ich jünger war. Ich habe das gemacht, wenn du jünger war. Ja, ich habe das gemacht. Spanien in andere Welt. Aber das Geld, was du mitnimmst, wird doch nicht unsicher. Es bringt dir nichts. Wuiah, Mann. Du gehst da einfach mit in einem Sack Geld da draus. Und dann schwebt da einfach so ein Sack Geld rum. Ich glaube, die wären zu verwirrt, um was zu machen. Ich würde einfach drauf schießen, glaube ich. Ja, mir liegt es auf dem Sack. Okay, wir sind eng. Du hast dir vorgestellt, in einem Bank auszurauben. Das war ein Schiefer. Der eine Schluck. Was? Wow! Den einen Schluck wollte sie jetzt unbedingt finischen. Ja, du, du. Ja, du. Ja, du. Even after meeting with you twice, ich weiß nicht, ich fühle mich wirklich gut. Ich glaube, ich fühle mich gut. Gut, job. Ja. Das. Das war ein Schiefer. Und du war, honestly, eine der 제일 unigte Menschen in Japan. In eine gute Weise? Oder? Oh, 100% eine gute Idee. Ja, definitiv. Ja. Ich will nicht, ich werde dich verletzen. Ich werde dich verletzen. Okay. Well, I'll be thinking of you. Okay, bye. Bye, man. How are you feeling about Maya? I have to say, overall, I really enjoyed our two days, man. Hey, you know what? That makes me happy to hear that. I'm buzzing from you. She seems so full of life. And the thing is, I think I can keep up with her. She's fast. And she knows what she wants, but... And I'm sure she would teach you a bland, vanilla ass a couple of things as well, bro, isn't it? Why do you always have to say such a nasty thing? You need to learn some stuff, man. Get some flavour in your life. I'm such a nice... People say I'm such a nice person, and here you are. Nobody says that. All right, bro. Just sleep on it, and then make the best call for you, bro. Bro, I appreciate it as always. You know, sometimes I think, I don't know what you'd be with, bro. But you know what? You think about that, whilst you're sleeping, yeah? Sleep easy, Vin. I'll probably be really rich. I said sleep easy, Vin. Go to bed, Vin. Happy goodnight, bro. I don't know what you've said to text. No, it's... Never have I ever... Okay, that's been an Abenteuer with Grace. Guys. Dann will ich sagen, was ist mit der Folge? Lasst doch ein Like und ein Abo, damit es dir gefallen hat. Schau auf dem nächsten Mal vorbei. Haut rein und ciao. Tschüss. 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 Tschüss.